Crash Bandicoot Es ist das schwierigste Level Was es in diesem Spiel gibt Für mich persönlich Wenn es für dich da draußen, mein Freund Leicht ist, dieses Level Dann freut mich das für dich Aber Für mich Ist das ein ganz großes Problem, dieses Level Und deshalb Bin gespannt, wie ich mich gleich anstellen werde Wahrscheinlich wird für euch dieses Video Höchstens 20 Minuten laufen Für mich wird dieses Video wahrscheinlich 5 Tage laufen Deshalb, ja Ich bin selbst gespannt, was jetzt kommt Und ja Das Secret Level ist genau hier Zack, einmal dagegen fahren Und dann geht es ab In Secret Level 31 oder 32 Keine Ahnung, eins von beiden auf jeden Fall Es gibt zwei versteckte Level 1 haben wir schon Das mit dem Dino und das ist jetzt das andere Ich weiß aber nicht, was jetzt davon 31, 32 ist Ja Coco Wäre jetzt gedacht, ne Coco 70 Kisten gibt es zu sammeln So und das Problem ist Das Level Das Level ist Oder der Level, wie auch immer man das sagen möchte Das ist glaube ich beides richtig Das Level, der Level Ähm Ich sag immer das Level Aber ist auch Wurst Ähm Das Problem an diesem Level ist Ähm Dass wir Ähm Ich hab 99 Leben Geil Und dass wir Keine feste Linie haben Keine feste Route haben Die wir fahren Sondern es ist einfach nur ein ganz großes Areal Und in diesem Areal Befinden sich ganz viele Kisten Ja Und So Ganz viele Kisten Und ähm Wo die sich alle befinden Das muss ich selbst herausfinden Keine Ahnung Das ist ein großes Areal Und ich muss jetzt herumfahren Und suchen die Kisten 70 Stück So Und an sich ist das ja kein Problem Die zu finden Ne Also Ist ein bisschen mühselig Weil ähm Das Spiel kann halt nicht Ähm Objekte Frühzeitig genug laden Ne Ist halt ein bisschen Ähm Nervig Ähm Und deshalb kannst du schon nicht aus der Ferne Kannst du nicht die Kisten sehen Wo die sich befinden Deshalb musst du schon so Ja Ziemlich nah ranfahren Um sie zu sehen Und ähm Ja Aber das Das ist nicht das Schlimme an dem Level Sondern Das Schlimme an dem Level ist Ähm Die Zeit Challenge Dann musst du in der Zeit Challenge Alle Alle Ähm Alle Alle Kisten sammeln Innerhalb einer bestimmten Zeit Und ich glaube Wir haben nicht unbedingt viel Zeit Und das meine Freunde Das wird Äußerst schlimm Da Weil Da brauche ich eine perfekte Route Weil Ich brauche halt eine perfekte Route Wie ich alle Kisten bekomme Ohne irgendwie Ja Dumm herumzufahren Oder sonst Sinnlos herumzufahren Und das Das wird Oh Das wird Das wird Chaos Ich hab Ich möchte das eigentlich gar nicht machen Ich will das gar nicht 17 Kisten Das ist ein Checkpoint Lass ich erstmal liegen Ich will das eigentlich gar nicht machen Nein Wie war Ich hab mir das eigentlich Ähm Ich hab Das Let's Play angefangen Ich kannte dieses Level Aber ich hab nie wirklich so rüber Darüber nachgedacht Wie schlimm es eigentlich werden könnte Und im Endeffekt Ja Ist das Schlimme Level Richtig schlimm Und Es ist wirklich das schlimmste Level von allen Ist nur wegen dieser Zeit Challenge Alles nur wegen dieser Zeit Challenge Und ähm Ja Da muss ich jetzt aber Ah Da muss ich jetzt aber leider durch Und ähm Ihr dürft mit dabei sein Wie ich mich hier abquäle Ist kein schönes Level Leute Ist kein schönes Level Ich freu mich darauf überhaupt nicht Aber Wenn ich hier jetzt alles perfekt schaffe Alles gut schaffe Sag ich mal nicht perfekt Aber wenigstens ist alles gut Ähm Ja Dann könnte das wahrscheinlich Der letzte Part sein Der letzte Part Crash Bandicoot Leute Crash Bandicoot 3 Und womöglich erstmal der letzte Part Überhaupt Crash Bandicoot Hier auf diesem Kanal Also vorerst Nicht für immer Sondern vorerst Ähm Weil ich wollte wahrscheinlich Nach Crash Bandicoot Dann was anderes erstmal machen Wo ich aber immer noch nicht weiß Was es sein wird Äh Ich bin selbst erstmal noch gespannt Was sein Was kommen wird Und ähm Ähm Ja Ähm Viele Leute wollen ja Dass ich noch mehr Crash Bandicoot mache Hier nach Irgendwie Crash Team Racing Oder dass ich dann Crash Twinsanity mache Oder Breath of Cortex Oder sowas Und ähm Ich muss sagen Ähm Ich möchte jetzt nicht irgendwie Nur Crash Bandicoot machen Klar Ich liebe Crash Bandicoot Ich würde jetzt auch wahrscheinlich Crash Bandicoot machen Ne Weiterhin Aber Ich habe Angst Wenn ich nur Crash Bandicoot mache Dass ich extrem auf Crash Bandicoot Äh Degradiert sag ich schon Äh Dass ich extrem auf Crash Bandicoot Ähm Reduziert werde Und dass dann ich Sobald ich was anderes mache Es gar nicht mehr geguckt wird Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt Isaac wird ja auch geguckt Katamari wird ja auch eigentlich geguckt Ja Ist halt so gefährlich Ich weiß nicht Ob ich weiterhin Crash Bandicoot mache Weil letztens hat auch noch Irgendwo einer geschrieben Ich kann mir gar nicht vorstellen Kegis Kanal ohne Crash Bandicoot Das war wieder So ein unangenehmes Gefühl Wo ich mir dachte Ha Wieso Ich liebe Crash Bandicoot Es ist schön Dass ihr Crash Bandicoot liebt Aber Es wird Ich möchte auch was anderes machen Das fühlt sich irgendwie so komisch an Wenn dann Leute sagen Ja Kegis Kanal ohne Crash Bandicoot Ist irgendwie komisch Dann fühle ich mich auch irgendwie komisch Ich weiß nicht Ich habe Angst Ich habe aber Angst Was aus diesem Kanal Nach diesem Let's Late passiert Ich habe Angst Wahrscheinlich Höre ich dann auch mit YouTube Nein Ähm Ja ich habe auf jeden Fall Crash Team Racing Mach ich auf jeden Fall Irgendwann mal Ähm Dann müsste ich wahrscheinlich Aber erstmal ein bisschen trainieren Weil ich ähm Erstmal wieder reinkommen muss In Crash Team Racing Ist kein leichtes Spiel Vor allem die Zeit Challenges Sind kein leichtes Spiel Und ähm Crash Twin Sanity Wollte ich auch noch Irgendwann mal spielen Also die beiden Crash Teile Kommen auf jeden Fall noch Ob noch irgendein anderer Crash Teil kommt Ähm Waage ich zu bezweifeln Aber wer weiß Wer weiß Ey ich komme nicht in die Kiste ran Was ist da los Was ist denn da los An diese unter Eine Kiste komme ich nicht ran So Leute Und das Das alles was ich hier gerade mache Das muss ich auf Zeit machen Das muss ich auf Zeit machen So perfekt Und ich war Ich habe keine Ahnung Wie ich das schaffen soll Ich habe keine Ahnung Ich glaube ich habe eine Nicht bekommen Ich habe keine Ahnung Leute wie ich das machen soll Keine Ahnung Das auf Zeit Ich wollte Wollte mir eigentlich Vor dieser Aufnahme Ein paar Speedruns angucken Oder generell Walkthroughs angucken Von Leuten die Das Spiel auf 105% Durchspielen Um zu schauen Wie die sich da anstellen Und wie die das machen Ob das irgendwie einen Trick gibt Ob es irgendwie eine feste Route gibt Aber Haltet euch fest Haltet euch fest jetzt Leute Haltet euch fest Ich habe es nicht gemacht Ich habe es mir nicht angeschaut Deshalb Ähm Ja Wird interessant Wird interessant Wie ich das gleich machen werde Mit der Zeit Challenge Ich habe selbst noch keine Ahnung Wie ich das machen werde Noch 8 Kisten Ich nehme mal das Checkpoint mit Zur Sicherheit Keine Ahnung wie ich das machen werde Wahrscheinlich werde ich auch gleich Mitten in der Aufnahme Einmal abbrechen Und Und Ähm Ähm Nach einem Walkthrough suchen Und dann mir anschauen Wie das andere Leute machen Weil Ja Das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Also ich denke mal Dass das nicht gut aussehen wird Dass ich das schaffe Deshalb Aaaaa Aaaaa Unschöne 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 Sache Aber Da muss ich durch Ich habe gesagt Ich mache die 105% Das heißt Ich mache die 105% Aber ich habe Checkpoint Alles cool Ich habe Checkpoint genommen Und die Sache ist auch An diesem Level Ähm Das was Dieses Level so Aha Vorsichtig Was dieses Level auch richtig schlimm macht Vier Kisten Das ähm Das halt diese Kisten Einfach nicht Ähm Ähm Die ja nicht angezeigt werden Solange du Zu weit entfernt bist Ach komm Hi Fick dich Prost Wie Unprofessionell Kegi trinkt Cappuccino In seinem Let's Play Fuck you man So Piss dich da Komm Hau ab Ja komm Jetzt in meine Richtung Wieder Unglaublich Ähm Das Problem ist halt Dass die Kisten Recht spät Spawn Also dass die Sichtreichweite Von Von den Kisten Irgendwie Die richtig beschissen ist Dass man die Ja nur sehr spät sieht Und das macht das halt Extrem schwer Weil Du siehst es halt nicht Du siehst es halt nicht Zwei Kisten So und jetzt Wo sind diese zwei Kisten Jetzt finden wir zwei Kisten Und jetzt finde die Finde die in so einem Level Wo Du einfach nichts siehst Wo alles so spät Ähm Spawnt Weil Es geht einfach nicht Ich weiß nicht ob die Playstation Dafür nicht stark genug ist Oder ob die einfach Ähm Oder ob dieses Level Einfach nur schlecht geschrieben wurde Programmiert wurde Wie auch immer Dass man halt Diese Kisten So spät nur sehen kann Ich hab keine Ahnung Was da schief gelaufen ist Da ist eine Kiste Okay So und ich glaube So lange wie ich jetzt Für diese Kisten gebraucht habe Hallo So lange wie ich jetzt Für diese Kisten gebraucht habe Das wird Das wird nicht mal Saphir sein Das wird nicht mal Das wird nicht mal Bronze sein Obwohl es hier auch Keine Bronze gibt Aber das wird einfach Nichts sein Das wird einfach nur Ein Müllversuch sein Mit ganz viel Müll Auf dem Haufen Müll Ja Das würde ich als Trophäe bekommen So und wo ist jetzt Eine einzige Kiste Wo ist die Wo ist die Eine einzige Kiste Wahrscheinlich ist das irgendwo Ein Checkpoint Oder der am Rand liegt Da 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 Moment Leute Leute Ich erinnere mich gerade Ich erinnere mich Oder War das nicht so Leute Nein Ich hab das ganz falsch verstanden Nein Ich erinnere mich an dieses Level Genau Ich weiß wie ich das damals gemacht habe Stimmt Leute Leute Rückzug Rückzug Ganz zurück Ganz zurück Alles was ich gerade gesagt habe Ist beschissen Das Ziel an diesem Level Ist also einfach nur Ähm Du hast am Anfang ja direkt Am Anfang des Levels Hast du ja eine 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 Uhr Die du nehmen kannst So Nein Leute Boah Alter Das ist gar nicht so schwer Ich erinnere mich Es kommt alles in meinen Kopf zurück Es kommt alles wieder zurück Es kommt wieder alles zurück Mein Kopf platzt gleich Vor Aufregung Und zwar Ähm Das Ende hier Das hier Das Ende hier Der Warp Room Der ist hier Ähm Von Nitro Kisten verdeckt Und das Einzige Was ich eigentlich machen muss Ich muss nicht alle Kisten sammeln Ich muss einfach nur zu dem Schalter fahren Den aktivieren Und wieder zurückfahren Mehr muss ich nicht machen So war das Leute So Ich erinnere mich wieder Alter Was ist denn mit mir los Was ist denn mit mir los So schwer war das gar nicht So schwer war das gar nicht Ah Jetzt kommt wieder alles auf einmal zurück Alles kommt wieder auf einmal zurück Wie so ein Wie so ein Wie so ein Blitz in meinem Kopf So Wie so ein Gedankenblitz Wie so eine Fina Mit ihrer Zappeiche Sorry ich bin gerade Momentan voll auf dem Grandier Trip Deshalb Musste jetzt die Fina Mit ihrer Peitsche kommen Ich weiß gar nicht Wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin Dass ich alle Kisten sammeln muss Für diesen Zeitrun So Ich muss gucken Wo mich herum Das sind ihre Kisten Ich muss auf jeden Fall Ja die Zeit noch unterwegs Freezen So los geht's Na Guter Versuch Guter Versuch Hat nicht geklappt Aber Hat sich gelohnt So jetzt Den Versuch nehme ich Den Versuch nehme ich So Kisten mitnehmen Soll ich die auch noch mitnehmen Komm ich nehme die auch noch mit Die Sache Ich glaube Das Schwierige wird Da sein Auf jeden Fall Den Weg wieder zurückzufinden Weil Er ist nicht Er ist nicht unbedingt cool Den Weg zurückzufinden Deshalb Ja Mal schauen ob ich den zurückfinde Da sind noch Kisten Ich weiß nicht ob ich das Ob ich die Route Die ich hier nehme Ob die überhaupt Sinn macht Oder ob ich einfach nur Zu viel Zeit verschwende Mit dem was ich hier gerade mache Wir versuchen es einfach mal Nur eine Kiste bekommen So hier ist der Schalter gleich Oder War der nicht hier Nein der war nicht hier Scheiße ich fahre voll falsch Ich habe auch keine Ahnung von der Zeit Wie viel ich Zeit hier Haben muss Ich habe keine Ahnung Ich habe eine Zweierkiste Da liegen gelassen Aber egal Da hinten muss es sein Bei diesen Inseln war das Oder Nein Ich weiß nämlich nicht genau Wo der grüne Schalter ist Also ich weiß ungefähr Wie das aussieht Wo er ist Da muss auf jeden Fall Eine Rampe Bei den Inseln sein Das sind auf jeden Fall Drei kleine Inseln Und bei den kleinen Dreien Inseln Muss eine Rampe sein So sieht das auf jeden Fall Dort aus Aber wo genau das ist Das meine Freunde Erfahren wir in einer weiteren Folge von Nein Oh please Ich habe keine Ahnung Leute Ich habe keine Ahnung Von der Zeit Wie viel ich Überhaupt haben darf Oder haben muss So Ich nehme euch alle mit Und jetzt düse ich einfach durch Komm jetzt düse ich einfach durch Go 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 Könnte ich irgendwo Nach dem Rand Kisten mitnehmen Ich nehme die einfach mit hier Kann ich hier drunter tauchen Wow Perfekt Ich weiß nicht wo das Ziel ist Wo ist das Ziel Nein Ich habe mich verfahren Oder Ich habe mich verfahren Nein Ich habe mich verfahren Nein Ich habe mich verfahren Nein 57 Das wird niemals Gold sein Das wird nichts sein Das wird Müll sein Wo ist es denn Oh Oh Ja ich kann aufhören Aber wie Ich finde das niemals Ich werde das niemals finden Orientierung Wie ein Wie ein richtiger Zorro Wie ein richtiger Zorro So jetzt komm Jetzt Das wird der Versuch sein So dann nehme ich Euch direkt mit So Dann fahre ich hier rüber Nehm die drei mit Wie ich das einfach Diese scheiß Kurve Da nicht rumbekomme Vor den Bomben wegzuziehen Ich kriege es einfach Komm schon Komm schon Ich bin am Ziel Hier muss das Ziel sein Wo ist das Ziel Da ist das Ziel Bitte Gold Bitte Gold Bitte 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 Saphir So kann man nicht spielen Die zieht immer nach links Das ist Gold Das ist Gold Das muss Gold sein Das ist Gold Das ist Gold Das muss Gold sein Das ist Gold Das ist Gold Das muss Gold sein So das muss Gold sein Das muss Gold sein Das ist jetzt Gold Fertig Wird jetzt nicht lange diskutiert Jetzt wird hier einfach Gold mitgenommen Und das war's Ja da hat sich wieder nach links gezogen Und nicht nach rechts Da zieht sich schon wieder nach links Das geht schon wieder kein Gold Gut Dann nehmen wir halt heute kein Gold mit Ne Scheiß auf Gold Wer braucht schon Gold Wer braucht schon so einen Scheiß Ne Dann fahren wir einfach in die Bomben rein Komm bitte 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 Gold Bitte 34 Das muss doch Gold sein 35 Komm bitte Gold So wenn das jetzt nicht Gold ist Dann weiß ich auch nicht Das muss jetzt Gold sein Fertig Yes Die auch noch bekommen Aber einen in der Luft nicht bekommen Das muss jetzt Gold sein Das muss jetzt Gold sein So den grünen Schalter Aktiviert So das wird jetzt Gold Das wird jetzt Gold Können wir jetzt sagen was ihr wollt Ihr könnt jetzt sagen Kegi Du schaffst es nicht Aber ich schaff es Guck ich hab schon mal die Kiste mitgenommen Ihr könnt jetzt ruhig in die Kommentare schreiben Kegi Du schaffst es nicht Du schaffst es definitiv nicht Mann Du schaffst es definitiv nicht Weil Coco so eine verfickte Nein 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 So jetzt gib mir einfach Gold Und dann sind wir schon Freunde Komm gib mir einfach Gold Und dann sind wir Freunde Ja schon mal eine Kiste nicht mitgenommen Gib mir bitte Gold Komm Komm Fahr durch Coco Fahr durch Mach keinen Scheiß Jetzt kommt meine Lieblingsstelle Ach geschafft meine Lieblingsstelle Coco bitte Coco bitte 24 24 Wieso tu ich mir das überhaupt an Wieso tu ich mir das überhaupt an Wieso mache ich nicht einfach was schöneres Wieso Wieso So please Coco Please Ich bitte dich Mach keinen Scheiß Ich ist gerade wieder nach links gezogen Jetzt Mach keinen Scheiß So bitte jetzt Und ja Zieh nach links Wieso ziehst du nach links Wieso Wieso Ich will das nicht mehr machen Ich kann es nicht mehr machen Ich möchte es nicht mehr machen Mann So das muss Gold sein Das muss jetzt Gold sein Das muss jetzt Gold sein Komm Gib mir jetzt bitte Gold Gib mir bitte einfach jetzt Gold Bitte Gib mir jetzt Einfach Gold Alter Fuckin 2 Stunden sitze ich schon hier in diesem Level 2 Stunden sitze ich in diesem Level 2 Stunden sitze ich schon hier Der ganze Tisch ist hier schon leer Die ganze Zimmer ist schon voll mit dem ganzen Zeug Was hier auf dem Tisch stand Boah dieses Level Das wäre alles so einfach wenn mein Gamepad nicht so beschissen reagieren würde Das wäre alles so einfach Das ist unglaublich Ich will hier nichts mehr schreiben Scheiß Dreckskacke ey Dieses Boah dieses Level ey Alter All diese bescheuerten Gamepad Das ist unglaublich Ja komm Zieh ab Coco Verzieh dich Ich will es dem Boss machen Und es ist vorbei hier Die Scheiße Boah Oh Cool Danke Coco Hey Feuerwerk Danke Coco So Jetzt lass mich den Boss töten Und dann ist es vorbei So Jetzt First Try bitte Und dann ist alles vorbei Oh Dieses Level Dieses Level Wie viel habe ich denn jetzt Prozent Wo ist die Prozent Achtung Und steht sie doch 105 Ja ihr habt es gesehen 105 Ich habe es geschafft Ich bin der Meister Ich bin der allerbiste Crash Bandico Spieler Ich habe es geschafft Und ich habe dieses verfickte Level Gerade gemacht Leute Hier ist so vieles gerade durch die Gegend geflogen Oh Unglaublich Aber Ich habe es tatsächlich geschafft Ich habe es tatsächlich geschafft Was eine schwere Geburt Alter Oh Boah Jetzt Cortex Stirb einfach Mach keine Faxen Stirb einfach Und dann haben wir das alle hinter uns Dann haben wir das alle hinter uns Ihr habt das hinter euch Cortex hat das hinter sich Ich habe es hinter mir Das ist alles cool Alles cool So jetzt bitte Schuss 1 Schuss 2 Ja Schuss 3 Komm schon Jetzt Pack deine Minen aus Und mach dir eine Bubble weg Du Drecks Paladin So So Ich bin da reingesprungen Meine Nachbarn hassen mich Leute Meine Nachbarn hassen mich Was hier gerade passiert ist Meine Nachbarn hassen mich Sie hassen mich Ich würde mich nicht wundern Wenn jetzt die Polizei kommen würde Würde mich nicht wundern Die glauben bestimmt hier Sie prügeln sich gerade hier oben Irgendwelche Menschen Die schlagen sich irgendwelche Menschen Hier bringt sich jemand um oder so Oder jemand bringt den anderen um oder so Alles andere macht keinen Sinn Bei solchen Geräuschen Die hier in meinem Zimmer In meiner Wohnung gerade passiert sind Dieses Level Leute Und das liegt einfach nur an diesem links An diesem links Du drückst einmal kurz nach links Und sie zieht voll weg Ich denke mal das liegt an meinem Gamepad Oder ich habe mein Gamepad irgendwie falsch eingestellt Oder keine Ahnung Jedenfalls einmal ziehst du nach links Fertig Das ist echt anstrengend Du drückst nach links Du musst direkt wieder nach rechts lenken Und das ist so unmöglich zu lenken Das ist Das ist unspielbar das Level gewesen Das ist Generell diese Coco Level sind hier unspielbar Oder vielleicht liegt es auch am Spiel Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung woran es liegt Ey bitte So danke So letztes Mal noch Und dann haben wir das hinter uns Ich habe auch keine Ahnung wie lange hier dieser Part sein wird Weil wie gesagt Ich saß jetzt 2 Stunden an diesem Level Nein lass mich Ich muss da irgendwie was zusammenschneiden Damit es nicht so lange ist Wird schwierig ne So 2 Stunden mal kurz auf Auf 20 Minuten zu schneiden Wird schwierig Aber ich pack das schon irgendwie Ich pack das schon irgendwie Na das schaffen wir schon irgendwie So jetzt hier 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 Zack Und vorbei Fertig Vorbei Das war der Endboss Wir haben die 105% Schlag ein Paz Und das war's Crash Bandicoot 3 Warped Ist vorbei Schwere Geburt Nein Das kann nicht sein Wieder in der Zeit gewangen Die Zeitmaschine hat er Das war's nicht vertrafftet Wir hatten Glück Dass wir fliehen konnten Gib mir die Maske Damit werde ich die Welt beherrschen Kommt schon Schwer zu sagen Was aus unseren Feinden Aber wir durften sie wohl lange Zeit nicht mehr sehen Ja Und wir werden wohl eine lange Zeit auch nicht mehr Crash Bandicoot sehen Weil Das war vorerst das letzte Crash Bandicoot Spiel Was wir gespielt haben Oder ich fange einfach jetzt direkt im Anschluss mit dem zweiten Teil wieder an Nein Das war jetzt auf jeden Fall vorerst der letzte Crash Bandicoot Teil Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat dieser Ich hoffe euch hat das gefallen Wie gesagt ich weiß immer noch nicht selbst Was gleich nach diesem Projekt hier kommen wird Die Tage Wahrscheinlich wird auch Die Tage Erstmal ein paar Tage Wahrscheinlich erstmal noch gar nichts kommen Und Dann geht's dann irgendwann demnächst los Mit irgendeinem weiteren großen Projekt Und Ja Das war Crash Bandicoot 3 Schwere Geburt Eigentlich nur das letzte Level war die schwere Geburt Der Rest des Spiels Ich kann gar nicht mehr reden Der Rest des Spiels war eigentlich total einfach Bis halt auf dieses eine Level Das war Die Hölle war dieses Level Die Hölle war dieses Level Aber Wie gesagt es lag eigentlich wahrscheinlich hauptsächlich nur an meinem Gamepad Dass es so eine Hölle war Und Ja Das war Crash Bandicoot Warp 3 Ich hoffe euch hat dieses Projekt gefallen Mir hat das auf jeden Fall sehr viel sehr viel Spaß gemacht Das ist auch eines meiner liebsten Playstation 1 Spiele Und Ja Wir sehen uns dann in einem weiteren Projekt Oder In den momentan laufenden Projekten Und ich würde sagen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Habt Spaß Verkehrt viel Zeugt Kinder Und denkt an die Verhütung Hat keinen Sinn gemacht Aber Egal Ich wünsche euch einen schönen Tag Düdülü Halt Stopp Was ist mit dem Tanz? Ich wünsche euch noch einen Tag Ich wünsche euch noch einen Tag Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.